Normalerweise, wenn ich deinen Warm-Up richtig in Erinnerung habe, dann bist du normalerweise in einer neutralen Zone immer Achter gefahren, hast da die Scheibe hoch gehalten, ohne Rücksicht auf Verluste ursprünglich. Jetzt im Knien, ist das ein neues Ding oder haben wir dich gerade zufällig dabei was gesehen? Ja, ne, es ist einfach, irgendwann will man den Jungs, die da in der Mitte rumlaufen, nicht mehr auf den Sack gehen. Da ist immer ganz schön viel Betrieb. Ich zerstöre gleich, glaube ich, das Studio. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Ja, es sah doch gut aus. Ja, 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 so ein bisschen Tennis-Touch ist das, das hat aber mit dem Eishockey wenig zu tun, gebe ich zu. Aber wir machen einfach mal aus deinem Habit, machen wir einfach mal eine Challenge, und zwar die Seider-Challenge. Und da könnt ihr mitmachen, liebe Eishockey-Fans. Ja, postet einfach mal was, wie ihr das machen würdet. Kann ein Eishockey-Schläger sein, kann aber natürlich vielleicht auch irgendwas anderes Kreatives sein. Also Hashtag Seider-Challenge, die Eishockey-Show auch als Hashtag. Und dann gucken wir uns das an, was ihr so zutage gefördert.